Du, du herzlich begrüßen. Ja, das wollen wir machen und zwar ist das eine Kreation von uns, der sogenannte Hapsflip. Es ist ganz einfach, Sie nehmen dazu Milch, Rotwein, es gibt den besonders feinen pikanten Geschmack, helles Bier, ein bisschen Zucker, je nachdem, wenn Sie es etwas süßer mögen, ein bisschen mehr, ein ganzes Ei und dann noch zur richtigen Schärfe ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird dann mit dem RG28 gemixt. Die richtige Konsistenz ist da reich, wenn das Getränk schaumig geworden ist und ich gieße schon einmal ein. Das ist eine sehr schöne, appetitliche Farbe. Und vielleicht haben viele Zuschauer es schon mitgeschrieben, aber zum Notieren, es lohnt sich. Noch einmal, der Hapsflip wird hergestellt aus einem Viertelliter Milch, einer halben Flasche Rotwein, einer Flasche Bier, vier Esslöffel Zucker, eine Prise Pfeffer und ein Ei, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.